so hallöchen leute ich weiß nicht was da los ist aber irgendwie leben alle war angriff sie sind leute also die unsere siedlung ist so gut gesichert schwer die zu übernehmen ist weil ich auch genau hierhin ich komme 1 2 3 4 5 5 raider hier liegen was ist jetzt passiert so liegen hier fünf raider hier wurden angegriffen ich habe nicht gedacht so was werde passieren eigentlich war nun kein kampf gar nichts ich komme ja ballerei denke ja im umgebung ist irgendwo ballerei irgendwo ballerei dann muss ich nicht immer kann ich und jetzt ist immer lauter was ist jetzt los und auf einmal gehe ich da hin und da liegen paar leute also die sind an uns an wirklich angegriffen wenn sie schon krasse ein bisschen so schröpfe lente gut glaube ich auch also wenn das nicht reicht also hier ist wir geschützt hier geschützt das ist geschützt ok geschützt da ist noch geschützt drei geschütze müssen die erst mal kaputt aber wenn die stadt gibt es auch noch paar geschütze und die leute auch jetzt das ist schon ein bisschen bitter das ist das okay gut das haben wir haben wir sehen also ich habe ein bisschen die letzte folge haben bisschen siedlung verteidigung verbessert ich habe irgendwie ein stall gesehen aber hier ist eigentlich gekommen ich gehe zu dieser start vielleicht finden wir etwas da drin hier ist die erste mission war aber warte mal kann ich das so hier ist 100 prozent zufriedenheit so können wir auch das so ein bisschen verbessern und auf ausbauen brauchen wir hier mehr leute aber momentan lassen wir das hier ist die stadt oder ja da da war unser allererste mission auch gefällt mir nicht Gibt es was, wo unten? Entscheiden, ja. Sexy. Und du bist weg. Gebt weg einfach. Und wie wäre denn damals, dass du bist tot gleich? Alle? Wollen wir mich verarschen? So. Äh, nee. Ich wollte das nicht nehmen, aber egal. Warte, hörst du das? Du bist tot. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Äh, was? Ich will dich überhaupt nicht verwöhnen, aber ja gut. Du liebst Kampf? Bitteschön. Eieieieiei. Diese Halle sind schon, nein, kalte Nuss. Gibt es hier Munition oder was? Was ist das? Also, ich habe gedacht, kann ich das nehmen? Oh, ein Roboter. Robot. Oh Gott. Hallo? Mrs. Kann ich was kaufen? Ah, ja, stimmt. Du hast nichts. Bist du pleite? Ah, Spaß. So, Fusionzähler. Juh. Äh, gibt es was da oben? Tü, 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 tü. Oh. Blutspende. Ja, so scheiß schnell runtergehen. Ah ja, da war da oben. ok gut ich habe gedacht welche monster werde ich hier oder sowas ähnliches aber ich sehe gar nichts nur die raider die waren so schwach die raider weil ich glaube die letzten war die mir weiter viel stärker als diese ich habe jetzt gerade bekämpft ja gucken glas würde ich eigentlich wollte ich aber gut gehen wir jetzt sind wir sind hier genau wo wir waren war da wäre nicht schlecht das zu gehen aber wir waren dort ich habe meine kindheit in solchen wohnwagen verbracht allerdings haben mich meine eltern draußen schlafen lassen so krankstation wollte ich über den gehen zu entdecken die monja mich ok tschüss ein bisschen konnte basil oh tschüss kommen wir helfen den jahren bis zu erschößen wo ist er da ist leute ich hätte beim angriff auf das institut dabei sein können wir haben so viele sind diese orte müssen sicher bleiben damit wir sie rausschaffen können im freien zu stehen fühlt sich total seltsam an ist ja geil es ist mir eine ehre dich kennenzulernen tschuldigung ich dachte es würde einfacher wenn das institut erledigt ist diese route ist unter kontrolle ja ob wir einfach schwer zu sagen aber ist sicherer finde ich so dass das ist ja und an den modernen die pakete sind sicher wenn sie hier durchkommen ich wünschte ich hätte beim angriff auf das institut dabei sein können so ich habe sobald ich bin ein sommer das super ist dann weißt du soll dann der hier steuern ey das wird zum geil so und wunderkleber super das hat sich auch gebraucht jetzt gehen wir jetzt so dahin genau weil ich will ich möchte alle die super richtung ich glaube je mehr super lösen desto unser stadt ist in gefahr könnte jemand einfach muss aufpassen da haben wir sehr viel lösen haben die oh ja das werden wir haben sehr viel lösen oder bald ganz genau zu sagen jetzt haben wir 5 5 super so wie sie mit level aus ja langsam bevor sie gehen dann gehen wir voran wie sehr aber was ich gerne würde machen warte ich mich vor du hast schon einfach weil ich habe ein level irgendwo rein aber ich will auf die rüstung wo ist die rüstung waffen rüstung genau wirst du meister das will ich unbedingt machen stecke diese steckt schmidt auf eine rüstung mehr tragen ruhige hand klingt gut so also und ich hoffe level 30 da musste ich auch machen ja es geht nichts von nach hinten gelaufen so der rüstung wurde abgelenkt und wir glatschen jetzt da wo wir waren in der kranke hausdings punkt so gibt es engend wo so ja da ha 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 super geht ah geht die sauer noch am leben die seine op frau welche kann man nix opfe 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 opfrau dass niemand kann ja verletzten tüten also viele schüsse ich muss nun den strahlern ein bisschen verbessern weil das ist so wie schrott finde ich das finde ich nicht so tolle nach oben einer toter zwei tote leute ja war einfach zu hart gearbeitet deswegen seid ihr tot sieht man so wenn man arbeit zu viel so was kann passieren aber ich kann auch zu tot oder sogar drei nur einer hat sich versteckt hat so viel angst von arbeit also musste sich verstecken so das schloss lässt sich nicht knacken diese hat voller schlüssel ein schlüssel super geht geht wo steckt so versteckt dies schon wieder die frau ich glaube das war das was ich denke nein warte mal doch ok durch terminal wo sind wir jetzt hin hallo der links schon und sagt herzlich willkommen zu todes mine oder bunker todes bunker nämlich die andere waffe gibt die gepilze komisch dass niemand da ist ja ok ich habe mir gesagt terminal muss ich aufmachen aber auch eine terminal geht so gut finde ich schon schon noch so klebe waren das brauchen wir einmal ok nämlich die eimer da sie ja nicht mecker da wie sie soll so weimar wird nicht genommen so dass nämlich auch aufzug für es aufzug da das nämlich auch gerne so gehen wir zu den terminal es hat irgendwie wichtige sachen zu erzählen und ja genau die wichtige sachen sind hecken das ok das ist schon falsch ok gut zu wissen da ist noch klammern aha das war auch nicht das auch nicht das auch nicht gibt es irgendwo klammern sich nichts nein 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 aber leider nicht das habe ich nicht so und das ist klar ich nicht gibt zu gebrauchen ja theoretisch war fast richtig aber nein nein ja wo ist diese ding die wasser wollen mich verarscht komplett jede einzelne ich finde nicht so was haben wir echt viel nein nein okay so so nach unten was aha aha Alter. Hallo? Da ist oben Ok Ah hier ist zu, ok Da haben wir schon ein bisschen in die Richtung gegangen Ist da jemand anwesend? Sensor meldet feindliche Präsenz Basketball Aber ich kann einen Ball nehmen Ich will nicht Ball nehmen Ich wollte Basketball haben, bisschen werfen Über aktive Sensoren, mehr nicht Ja, ja Das war Schule oder so Alter, ist das riesig Woh 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 Teddy Nicht so sauer sein Aua Du möchtest weinen LOL Ich bin dort Ich bin dort Scheiße Habe ich nicht gesehen wie viel Leben mehr habe ich Wo bin ich jetzt? Ajoa So schlimm auch nicht Aha Gehen wir weiter Gehen wir weiter So, fertig Habe ich Es ist nicht Komm Nach oben Nach oben So Wir waren hier, hier und nach oben Hallo? So Den größeren Dingspunkt will ich besingen bedingt Sensor meldet feindliche Präsenz Bewegung entdeckt, seltsam Ich schätze, hier hat der Bürgermeister mit seinen Mohnen gespielt Ich habe mich so betreut Scheiße, ich bin tot Alter, du warst ein bisschen einfach Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte Aha Ja, komm Cool Cool, geil, oh Machst du Witze? Hier drin stinkt's Ach was, ja, das ist wunderbar Wie kommst du da drauf? So, Leute, ich werde sagen, das war's Und schön, dein Feuerwerk Und bis nächstes Mal Ciao